Sie können jenseits der Parteinamen betrachten? Also ich war lange Zeit eine überzeugte Linke. In dem Sinne, wie ich das vorhin definiert habe, für soziale Gerechtigkeit, für die Menschen, die es schwer haben, halte ich auch das, was Linke fordern, nach wie vor für sinnvoll. Aber das, was heutzutage als Links gelabelt wird oder was die Linkspartei vertritt, das hat mit einem Einsatz für Menschen mit wenig Einkommen eben nichts mehr zu tun. Das sind abgehobene Debatten über irgendwelche Sprachfragen, über radikalen Klimaschutz, der gerade die Ärmeren am meisten dann auch schädigt, wenn alles verteuert wird, über Migration, offene Grenzen für alle. Wenn das Links ist, bin ich keine Linke, weil damit habe ich nichts zu tun. Nun galt es eigentlich gerade immer auf der Linken als eine der Lehren aus dem letzten Jahrhundert, dass man sich nicht spalten lassen darf. Und jetzt hat sich die SPD von der Linkspartei abgespalten oder umgekehrt und jetzt spalten Sie sich nochmal von der Linken wieder ab. Also ist nichts draus geworden mit der Vereinten Linken. Ja, weil einfach das, was heute linke Politik in diesen vermeintlich linken Parteien ist, ist ein Politikangebot, was viele Bürger aus gutem Grund nicht wollen. Ich meine auch die SPD, was ist da linke Politik? Also wenn man das als linke Politik ansieht, wie gesagt, dann brauchen wir keine linke Politik im Land, sondern das ist ja eher das Gegenteil. Auch Bürgergeld. Ich meine, wir brauchen eine gute Arbeitslosenversicherung für Menschen, die schuldlos arbeitslos werden, die müssen aufgefangen werden, die müssen abgesichert werden. Das ist völlig richtig. Aber schon der Begriff Bürgergeld ist ja völlig falsch. Wir brauchen nicht ein Geld für Bürger und wir brauchen vor allem zum Beispiel höhere Mindestlöhne, damit Menschen wirklich auch, wenn sie eine Arbeit bekommen, eben auch besser gestellt sind als Bürgergeldempfänger. Also das sind einfach Dinge, also was die SPD macht, also die Art Politik braucht das Land nicht. Und in dem Sinne bin ich auch nicht, also damit habe ich nichts zu tun. Deswegen nutzen wir auch dieses Label nicht. Wir haben keine linke Partei oder keine linke 2.0 auf den Weg gebracht. Wir sind eine Partei für wirtschaftliche Vernunft. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, dass man sich auch für den Mittelstand einsetzt. Das war so in dem klassischen Linken in der Regel kein großes Thema, dass man auch wirtschaftlich für Wettbewerb sich einsetzt. Wettbewerb und Markt kommen immer mehr unter die Räder in unserer sogenannten Marktwirtschaft. Wir haben ja immer mehr Märkte, die nicht funktionieren, wo wenige große Unternehmen so dominant sind, dass sie Preise setzen können und dass die Kleinen abhängig sind und unter die Räder kommen. Das war für mich schon lange ein wichtiges Thema. Das habe ich auch in meinen Büchern immer wieder zum Thema gemacht. Weil Wettbewerb ist ein wichtiges Instrument, auch für den Konsumenten. Aber wenn Wettbewerb nicht mehr funktioniert, wenn der Markt eigentlich nur noch von wenigen Großen dominiert wird, dann pervertiert die Marktwirtschaft. Und teilweise erleben wir das heute. Wann hat denn diese Entfremdung mit der Linkspartei angefangen? Hat das mit Personen zu tun oder mit irgendwelchen inhaltlichen Wegmarken, Wendemarken? Nein, es hat vor allem, also Person und Inhalt ist ja nicht zu trennen. Also Parteien werden ja von Personen geprägt. Und wie gesagt, das bezieht sich ja auch nicht nur auf die Linke, Linkspartei in Deutschland. Viele linke Parteien europaweit sind diesen Weg gegangen, dass sie sich nicht mehr für die elementaren Interessen, gute Löhne, ordentliche Renten, soziale Sicherheit eingesetzt haben. Sondern plötzlich dann sich auf Feldern betätigt haben, wo der Normalbürger sagt, um Gottes Willen, also haben die keine anderen Probleme. Also Riesendebatten über irgendwelche Sprachgeschichten, wo man auf einmal diskriminierend ist, einfach weil man normale deutsche Rechtschreibung und Grammatik benutzt und nicht irgendwelche blöden Ideen, die da einige haben, wie man jetzt reden muss. Oder eben auch... Ja, oder das Wort dürft ihr nicht mehr verwenden, das Wort dürft ihr nicht mehr verwenden. Also es ist eine unglaubliche Verarmung unserer Sprache, die hier von so einer kleinen Walken-Elite vorangetrieben wird. Jeder, der sich dem nicht anschließen würde, ist gleich Rassist, Transfeind, Rechtsradikal oder sonst irgendwas. Auch solche Sachen, Migration, das war ja ein großer Disput, auch in der Linken 2015, 2016, wo ich öffentlich gesagt habe, ich kann das nicht mittragen, dass wir hier sagen, Grenzen auf und jeder, der möchte, kann kommen. Weil wir auch damals schon gesehen haben, wie viele Probleme das mit sich bringt. Ich muss aber trotzdem noch fragen, weil natürlich die kommunistische Plattform ein markanter Punkt in ihrer politischen Vita ist. Was ist eigentlich von diesem Kommunismus übrig geblieben? Also der klassische Kommunismus mit der Enteignung der Großkonzerne und so weiter, dem Macht der parteineuen Typs und so weiter. War das ein Irrweg? Sind Sie da jetzt auf einem anderen Trip? Ja, also ich meine, Menschen verändern sich. Also das, was Sie beschreiben, das waren Positionen, die ich so in den 90er Jahren vertreten habe. Da war auch eine gehörige Portion Trotz dabei. Also ich war ja in der DDR gar nicht irgendwie besonders systemtreu, sondern ich habe ja in der DDR Schwierigkeiten gehabt, weil ich den Staat kritisiert habe, ich durfte dann nicht studieren. Und dann kam die Wende. Und damals hatte ich gehofft, das sage ich auch ehrlich, dass die Wende dazu führt, dass die DDR sich reformiert. Das war meine Hoffnung. Da ist nichts daraus geworden, sondern die DDR wurde der Bundesrepublik angeschlossen. Und dann habe ich erlebt, wie viele von denen, die mir vorher noch erzählt haben, Erich Honecker sei also irgendwie ein Friedensheld, alles in die Tonne getreten haben, was DDR war. Und da habe ich damals aus einer Trotzhaltung heraus Dinge gerechtfertigt und auch öffentlich gesagt, die natürlich jetzt nicht besonders gereift waren. Weil ich meine, ich war Anfang 20. Also das ist halt auch, wenn man den Kanzler, gucken Sie sich mal an, was Herr Scholz mit Anfang 20 alles so erzählt hat. Also natürlich vertrete ich das nicht. Scholz gehört zum Mainstream, dem werden solche Fragen nicht gestellt. Es ist relativ einfach. Ja, und einen Punkt habe ich übrigens sogar schon damals. Also dieses Konzept einer zentralisierten Planwirtschaft, wo eine Behörde jeden Schuh plant, das habe ich sogar in den 90er Jahren nicht vertreten. Das habe ich immer für fragwürdig gehalten. Ich war immer für eine Leistungsgesellschaft, ich war immer für Leistungsanreize. Aber ich habe damals schon noch mehr gedacht, dass das auch mit einer stärkeren, also mit Staatseigentum möglich ist. Inzwischen, ich finde zum Beispiel die Idee viel charmanter. Es gibt ja eine Unternehmerinitiative, die vertritt das sogenannte Verantwortungseigentum. Ich finde das einen sehr, sehr interessanten Ansatz, weil wir haben ja schon ein Problem, wenn große Unternehmen immer mehr von Finanzkonzernen beherrscht werden, von Finanzinvestoren und die massiv darauf drücken, nicht nur, dass maximale Rendite gemacht wird, sondern dass vor allem auch ganz viel ausgeschüttet wird. Also BASF zum Beispiel schüttet mehr aus, als sie Gewinne machen. Das Geld ist nicht mehr im Unternehmen, kann nicht mehr investiert werden. Und wir sollten schon gucken, dass wir einen Rechtsformen ermöglichen, wo das Geld, was im Unternehmen erwirtschaftet wird, was auch als Gewinn gemacht wird, ein Unternehmen braucht Gewinn, doch viel stärker im Unternehmen bleibt. Das ist bei familiengeführten Unternehmen oft eher der Fall. Bei diesen börsennotierten Unternehmen mit Finanzinvestoren im Nacken ist das eben nicht der Fall. Und das schadet auch. Das schadet dann am Ende der gesamten Volkswirtschaft. Verantwortungskapital ist ein sehr kompliziertes und komplexes Thema.